Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Doppel in Terrorist Town, hier auf der neuen Karte Vor mir läuft der Payset, den ich gleich in den Arsch schießen werde Hallo Patrick Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja warte doch mal Warte doch mal, weil du Traitor bist oder was Bronzo? Soll's testen, ne soll's testen Jemand ist bei mir pink Lass mich doch mal in Ruhe, lass mich doch alle in Ruhe Ich hab dich doch in Ruhe gelassen, was willst du denn jetzt? Ja der Dennis und der Bronzo Beard ist natürlich auch wieder am Start Der Major auch und da läuft ein Lila Typ Major ist Lila Ja du auch, du bist bei mir auch Lila angezeigt also Oh, da ist jemand explodiert Ein Traitor Lila Warum ist der Lila? Ich weiß nicht warum der Lila ist Ich brenne Alter was ist denn da los? Hey ich brenne Guck mal der brennt Ich hab nur noch 79 HP Alter das war halt ne Traitor Falle Wer war das? Was für ne Traitor Falle Warum brennt denn hier alles? Ja das ist grad voll die Explosion gewesen, wie so ein Feuerwerk Ist das alles rumgeschwirrt War das TNT oder was? Ich hab HP verloren Hier ist auch TNT, ich schieß nochmal gegen Der schieß da weg Alter da darfst du doch nicht gegen schießen man Ja das macht so Spaß Ich fahre vielen Dank Dass ihr heute dabei seid, hier bei довольно terrorist. Hallo Ui, Feuerwerk Dööööös Döööös Dööööös Ja aber wir auch G wusste die vor. Wohl die schöne map eigentlich, ne? Dennis hatte grad nichts in der Hand Ja weil ich eine smokegranate Ich höre ZIV Hier ist ein C4! Ich geh weg, lass mich alle ruhen. Ah hier rechts, da liegt es doch am Fenster. Ah da liegt C4, weg hier Leute! Wo? Irgendwo bei dir da hinten, Major. Alter, weg hier. Komm, 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 weg hier. Ich guck mir die Map an. Also ich tippe auf Dennis. Ich tippe auf Dennis. Dennis ist immer einer, der C4 legt. Nein, ich hab sonst Sonst legt nie jemand C4 von uns. Außer Dennis. Dennis hat auch gesagt, dass er C4 legt, ne? Das hat der Curry schon erst gesagt, Leute. Ich hab das gesagt. Wenn das Curry eigentlich schon mal raus ist, das wär ja auch dumm dann. Aber das Komische ist, der Curry war der Erste, der das mit dem Feuer bemerkt hat. Und da hätten wir das Zweite, immer die Schuld auf andere schieben. Dennis ist Traitor, 100%, 100% Weil ich jemanden jetzt verdächtige, oder was? Dann dürfte ich... Alter, mittlerweile, ne? Ein Todesschwein, die liegt ein Todesschwein, oh mein Gott. Lass doch was erklären. Ich sag, du bist Traitor, alles cool. Dann darf man, aber dann darf man ja gar keinen mehr verdächtigen. Ja klar. Doch. Hundertprozentig. Der spukt denn da hinten im Geist rum. Ich lauf hier bei den Schweinen. Ja, Dennis. Patrick, lebst du noch? Ja, Dennis, der schießt gerade auf mich. Warte, 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 warte. Lass mir den, lass mir den. Hier, Major. Hör auf! Ah fuck Major, ey. Ich wollte dich wiederbeleben. Guck mal hier die ganzen Beweise. Ich wollte dich wiederbeleben Major, ey. Beide so eine Armbrust. Ihr dreckigen Schweine hier. Ja, 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 ja. Der Curry hat das schon gut rausgefunden. Hör auf! Ach ja. Aber ich hab ja auch nicht das C4 gelegt, hab ich echt nicht. Warte, Major. Ihr müsst doch eins und eins mit noch kombinieren. Major. Major, unser alter Hobby-Terrorist, der kann das ja noch gewesen sein. Boah. Ich wollte gerade so sagen, lass uns mal dort alle versammeln und dann höre ich schon meinen C4 entdeckt, weißt du. Das kiebt ja immer so laut. Habt ihr das gar nicht gehört? Mann, 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 mann. Du musst auch erst vorbeilaufen. Aber okay, zwei Traitor ist eigentlich doch nicht eine Überzahl, finde ich. Ja, das geht. Und es ist ruhiger heute. Auf jeden Fall, das stimmt. Da hat der Partei recht, ne? Ja, wir mussten, kann man ja ehrlich sagen, wir hatten eigentlich vorher mit allen wieder TTT aufzunehmen, aber manche können dann halt nicht. Und dann haben wir halt überlegt, pausieren oder... Oh, eine schwarze Textur ist das. Ja, pausieren oder halt mit fünf Leuten, und weil das euch halt nicht, äh, also weil das halt nicht ausfallen soll, weil wir das wirklich so gern spielen, und das so beliebt bei euch ist, haben wir natürlich dann... Der Major vielleicht, oder was? Nee. Ich nehm, also ohne Scheiß, Mann, ich nehm die Scheißbaby gar nicht mehr, ey. Ich find die cool, ey. Ja, da kann man nicht so gut, da ist das halt, äh, wenn du einmal, ne, daneben schießt, dann war's das. Ui. Ui. Ja, das ist echt blöd, ey. Major, was war denn denn Traitor-Shop, mein Kollege, ey? Ja, ich mein doch, der hätte grad die Babygannen in der Hand gab. Du wolltest mich grad abknallen. Nee, ich hab dich einfach nur beobachtet. Du hast die Waffe weggeschmissen. Du hast die Waffe weggeschmissen, mein kleines Herzchen. Du hast die Waffe weggeschmissen. Hör zu, Hör zu, Ranger, hör zu. Du hast die Waffe weggeschmissen, und was standest du da für fünf, sechs Sekunden? Wer sitzt denn da so, Curry? Ich will euch nur beobachten, Leute. Okay, Curry, schieß. Ich mach das nicht. Mach doch jetzt hier nicht den Dennis, also, Ich hab Bock auf ne Glock. Oh, wer zieht denn da oben? Da hab ich doch ein Köpfchen gesehen. War das vielleicht der Bronzebier? Wo denn, wo denn? Wo soll ich euch verstecken hier? Ja, ja, wo soll ich... Wenn ihr schlau seid, dann wisst ihr, immer wenn ich mich vor euch verstecke, dann bin ich meistens innocent. Meistens, aber heute nicht, oder was? Was? Ja, was? Sag mal, was ist los? Willst du unbedingt ins Bild, oder was? Was? Ich bin dem Bronze hinterher gelaufen, weil ich dem nicht so ganz traue. Ne, dem Bronze traue ich nie. Wenn der Bronze dich... Du kannst dich mit jemand anderem trauen. Bronze? Curry trauen. Alter, Bronze? Was denn? Bronze, lese mal unten vor, was da rückwärts vor, was unten links im Chat steht. Bei Innocence steht. Die Buchstaben immer rückwärts. Der Arsch. Das war jetzt fies. Eigentlich wollen wir das nicht mehr machen, aber schön, ihr Bronze, aber offensichtlich kann man das nicht mehr machen. Ich bin mir so sicher, dass... Bronze kann doch nicht lesen. Aber ich würde es auch nicht machen, wenn ich jetzt unschuldig wäre, oder so. Sie ist auch nicht machen, Bronze immer mehr und schön die Fallereien. Merkst du das? Ne, aber ich meine nur. Ah, Bronze! Das sagt ja noch nichts aus bei so einem Game hier, ne? Also wenn... Game. Irgendwie ist Dennis der Traitor, weil er wollte mich doch schon killen. Man hat das gesehen. Oh! Alter! Hast du gesehen? Ne, Patrick? Der hat zuerst geschossen. Ja... Was? Keine Ahnung, wer jetzt geschossen hat, aber das... Das war mir ganz sehr unheimlich, alles. Wer hat geschossen? Bronze hat geschossen. Ja, ich hab geschossen, aber nur weil er mich die ganze Zeit verfolgt. Alter! Lass mir in Ruhe, Dennis. Lass mir in Ruhe. Bronze, komm her! Bronze, komm her! Hilfe, Dennis wird mich töten. Ich krieg meinen Tod. Da, weißt du wie er die... Sein... Pistol-Scheiß-Waffe da hat. Ja? Moment, Moment, ist er... Ah ja, okay, okay, er ist ein Traitor. Okay, Dennis ist kein Traitor. Alter. Ähm, Curry, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier, ich lauf dir die ganze Zeit hinterher, Major. Mir? Also Bronze hat sich zu senden. Okay, dann lauf ich jetzt den Dennis hinterher. Also dann trau dich. Wobei man muss fairerweise sagen, das war natürlich unfair von mir zu sagen, dass er eh nur sein Rückwärts sein muss, aber es war ja, der war ja schon längst überführt auch vom Curry. Ich weiß, was das Geile jetzt grad war. Ja, das stimmt. Ich wollte grad Curry vorwerfen, dass er der zweite Traitor ist, weil er gar nicht in der Nähe ist und er sagt so, nee, ich bin hinter dir. Ja, ja, weil der Major es nämlich ist. Nee, nee. Ich glaub auch, ich glaub auch Major. Okay, Patrick ist es. Boah, Major, alter. Okay, wir wetten mal, 50 Euro auf Major. Ja, dann will ich aber die 50 Euro haben. Es gibt 60 Euro. Ja, Major. Hier, der ganze Smokey hab ich da jetzt. Smokey. Smokey. Ja, Curry oder Patrick. Guck mal, Dennis, du hast ein Dings getötet, den Bronze. Du bist kein Traitor. Entweder Patrick oder Curry. Ich bin die ganze Zeit mit dem Dennis da rumgelaufen. Vertrau mir einfach mal einmal, Dennis. Ich hab eben sogar mit auf dem Bronze geschossen. Vertrau niemandem von euch bei dem Spiel. Aber guck mal, Curry versucht auf Zeit zu spielen. Er ist immer woanders. Ah, da, okay. Ich bin nicht zu geändert. Dann kann ich ja erst gar nicht Traitor sein, oder? Wenn ich auf Zeit spiele. Das ergibt ja gar nicht Sinn. Netter Versuch, Patrick. Netter Versuch. Hä, wenn ich auf Zeit spiele, das ergibt doch gar keinen Sinn. Nein, nicht auf Zeit spielen in dem Sinn, dass so die Zeit runterlaufen. Ja, was ist denn dann? Wenn du Traitor bist. Ich mein, wenn du Innocent bist, bist du immer in unserer Nähe. Immer wenn du Traitor bist, bist du ganz woanders und versuchst dich. Gibt gar nicht. Ich spiel als Innocent auch genauso. Okay. Und Major ist es. Das ist nur ne Baumdung. Ne, 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 ne. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, Alter. Dann ist es Patrick. Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Patrick, dass du da noch antwortest. Alter, das ist ja richtig dumm. Ich hätte sonst den Menschen so weggeschossen. Ja, mach doch mal. Ne. Weißt du, ich bin die ganze Zeit bei Curry. Patrick? Ja. Dennis? Kommt nichts. Wie schlecht. Wo bist du denn, Patrick? Dennis hatte mich eben schon... Ja, ich hatte ein bisschen Blöd auf seinen Kopf gezielt. Aber egal. Bisschen Blöd auf seinen Kopf. Und du bist hier unten im Tunnel oder was? Wo bist du? Was für ein Tunnel? Komm her, du kleiner Knackarsch. Ne. Er ist da im Haus irgendwo. Ganz genau, wo du herkommst. Wo du herkommst, Curry. Wie soll ich das sagen? Ja, okay. Auf dieser Pyramide daneben ist ja so ne Hütte, weißt du? Ja, ja. Ich hab den zweimal getroffen. Okay, es ist jetzt wieder rechts raus, wo du mich getroffen hast einmal. Wo du sagtest, du warst hinter mir. Am Ende der Map genau. Jetzt gehst du links einmal. Versteckt sich da irgendwo. Ist am Campen. Er kommt jetzt links rum. Da wo die Leiter hoch geht. Ja, der hat aber nicht mehr viel HP. Der war schon gelb oder rot. Woah! Nicht dein Ernst. Jawoll. Scheiße. 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 Du Decksack, Alter. Du richtiger Decksack, du. Ja, ja. Ja, ja. Boah, ich war mir so sicher, dass Manger das war. Ich hätte echt gedacht, dass der Manger das war. Das kam so geil, ey. Weißt du? Ich konnte einfach nicht mehr alles. Ja? Ja, ich bin halt Kacke im Lügen. Das ist nicht so mein Game. Warte, wenn du nichts gesagt hättest, ne? Ich glaub, du hättest davon. Ja, ich hätt den Manger weggeballert. 100%. 100%? Ich zieh dem Dennis genau auf den Kopf. Halt die Schnauze dahinten. Gewinn! Hä? Das denn, Alter? Was war das denn? Wer war das? Was war das denn, Patrick? Oh, Alter, ich bin in ein Loch gefallen. Ich bin grad in so ein Loch. Ich bin auch in ein Loch gefallen. Ein Loch? In selben Zeit? Oh, schade. Alter, ernsthaft? In irgendeiner TTT-Folge sagt so Curry irgendeinen Satz und dann sagt Dennis so Curry ist wieder betrunken. Äh, wo ist die? Meiji! Jo. So. Krallade. Geht's dir heute. Hallo, Bronzemiert. Den Patrick trau ich nicht mehr. Nie wieder. Hallo, Bronzemiert. Nie wieder trau ich den Patrick. Hallo, Bronzemiert. Hallo, Alter. Willst du hier raus, oder was? Ja. Geht bloß weg von Patrick. Das musst du mich schon erschießen. Du musst mich schon erschießen, wenn du hier raus willst. Ja, aber ich kann ja nix tun da. Ja, mach doch, weil der Trailer bist. APPG Du будешь auf? Ja, mach doch. Ja, jetzt musst du weg gehen, Alter. Warum verfolgen mich alle? Warum verfolgen die mich alle? Pratering ist angehört. Ja, ich bin gerade durchs Feuer gelaufen da hintenа. Was war das denn gerade hier? Warum machst du denn Curry getötet? Nein,ирais frankly. 256. Throwing ist Innocent. Was aufgemacht? Hier. Am Turm. Hat gerade einer so ne Tür aufgemacht? Wo. Hier! Warum hast du Curry getrunken? Ja, weil Curry wollte nicht aus dem Weg gehen. Ich hab gesagt Curry geht aus dem Weg. Dann hab ich mir erst einmal der Crowbar gegeben. Warum hast du hier Crowbar? Ich hab mich entdeckt. Dennis, hast du gerade eingetreten? Patrick, warte Patrick, lass reden. Patrick, warte. Warte, 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 warte. Warte Patrick, geh weg. Du bist doch kein, warte mal. Ich hab mich grad voll erschrocken. Ich hab mich grad voll erschrocken, weil ich dachte du wärst Traitor. Boah, du hast mich voll erschrocken. Ja, aber hier kommt jeder rein. Wie viel hast du noch? 1% hab ich noch, der hat grad auf mich geschossen. Ja klar, weil du auf mich geschossen hast. Dennis ist Traitor. Schon wieder Leute? Ja, ich hab aber auch nur noch 75. Wer ist da oben? Alter, wie geil. Ich muss das Brunnen, Alter. Wer war denn jetzt, was? Ja, Mater, du warst hinter mir, ich hab dich nicht gesehen. Wer denn jetzt? Der Bronzer nicht, ey. Patrick, du sagst, die Tür geht automatisch auf. Ich musste so Lachen verkleiden, weil ich die ganze Zeit Ehe gedrückt hab. Das war eine Zwickmühle, ne? Aber du kannst es auch aus einiger Entfernung machen, ne? Ja, ja. Das war eine brandneue Folge. Trouble in Daryl Down! Daryl Down! Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge übermorgen. Ihr kennt die Uhrzeit. 14 Uhr. Schönen Tag. Beim PayZ natürlich auf dem Channel. Und beim Bronzenbirt und Henk-Coffee-Wurst. Bei Major natürlich auch im Kanal. Major Loves Isis.de. Bis dahin, tschüss! Mach's gut, tschau! Danke Major! Natürlich war das ein Witz, liebe Freunde. Natürlich geht die Folge noch ein bisschen weiter. Ein Ründchen gibt es noch. Wir wollten euch einfach ein bisschen joggen. Ne, ihr habt ja gemerkt, die letzte Folge war ein bisschen kürzer. Dafür wird die Folge natürlich ein bisschen länger. Ich muss aber was dazu erklären. Und zwar, man muss ja bedenken, bald ist Weihnachten und Weihnachtstage und dann verreist man ja und so weiter. Und was zum Teufel war das denn? Und damit ihr natürlich auch TTT-Folgen rechtzeitig haben könnt, müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Wenn dann eine Folge halt mal 16, 17 Minuten geht, müsst ihr damit auch leben. Wir könnten natürlich auch TTT komplett ausfallen lassen, was wir natürlich absolut nicht möchten. Aber bitte habt Verständnis dafür. Wir versuchen natürlich wieder auf 20 Minuten zu kommen. Jede Folge soll 20 Minuten sein und ja, ne? Also wie gesagt, die Folge geht natürlich jetzt noch ein Ründchen hier oder zwei Ründchen. Auf jeden Fall liegt der PayZett hier sehr elegant auf Boden. Hast du gesehen, was der gemacht hat? Ne, warte mal. Der ist zu Tode gestürzt. Stimmt. Ja, Curry und Dennis, wie spielst du dich das so als 2-Trade? Ne, der ist wirklich zu Tode gestürzt. Das ist halt das Geile. Ich bin, ich bin innocent. Ja, okay. Alter, hallo? Okay, brauchen Sie es nicht hingehen? Hä? Was war das denn jetzt? Ja, wir müssen warten, bis alle drin sind. Ja, ich bin eh Spectator. Äh, wir müssen warten. Wie, wir müssen warten? Ja, eine Spieler weniger hatten wir, Curry. Ja und? Das heißt doch nicht, dass du mich einfach so wegschießen kannst. Hab ich nicht. Der holt ihn das mal weg, da ey. Ja, Alter, ich war Traitor, Mann. Spasti. Curry. Was für eine Map hier, ey. Die ist sehr groß. Ja, eine sehr coole Map. Boah, ich dachte, man überlebt den Sprung darunter. Ich dachte, da wäre irgendwas weiter. Ja. Also, die Folge geht auf jeden Fall noch 2-3 Hündchen. Ja, bitte. Wir haben eigentlich gemerkt, wir haben euch nicht verarscht. Wir haben eigentlich gemerkt, dass die Folge nur zu kurz ist. Und dann haben wir gemerkt, ey, komm wir mal weiter, komm wir weiter. Na lieber. Also, das war jetzt richtig. Manch Assi. Manchmal. Ja, aber es war doch nur so, weil wir den Bronze dazu haben wollten, Curry. Oh ja. Und so wie du gerade dich freust, bist du sowieso nochmal Traitor. Ja, weil ich mich freue jetzt, oder was? Boah, jetzt war das Waffenarsenal. Arsenal, Arsenal London. Ey, 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 ey. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Oh Gott. Mach doch mal. Mach doch mal. Wir tun so, als würden wir dann überraschbieren. So. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar neue Messer hier im Staat, die Zuschauer. Boah, Alter. Das ist übrigens beim Dennis im Hinterhof, hier im Garten. Ey, das ist voll die, das ist voll die geile Map. Voll so Scheiße, ey. Was bist du bei mir, äh, Patrick? Das hier ist mein Garten. Auf Vox, oder was? Ja. Mein Garten. Alter. So ne fette Map. Ich seh euch gar nicht. Das ist richtig riesig, ne? Das ist doch gut. Wir sind da auf dem Turm gerade. Hallo, Patrick. Hallo. Curry. Na? Aber ich komme hier nicht mehr die Leiter runter. Oh! Ne, ich lebe noch. Das schießt einer auf mich. Und wo? Kannst du ungefähr sagen? Der Wehr. Im Schießgewehr. Wo seid ihr denn? Ne, der Curry ist gerade, ne. Der Curry war das nicht. Also, ich bin runter gegangen, als du auf dich geschossen wolltest. Ja. Alter, man hört doch auf. Warum so konzentriert? Bin ich konzentriert. Ich hab nur gehört, was... Ich hab grad... Ich hab grad den Patrick nur beobachtet, wer da auf ihn geschossen hat. Ja, Patrick... Würde ich jetzt auch sagen. Aber ich sag hundertprozentig, dass es der Bronze war. Ja, was für Bronze? Schon wieder. Guck mal, hör mal die Stühle wieder. Ja, immer... Keine Ahnung. Aber Mate, ich glaub das kam von links. Kleine Information. Was heißt links? Oh, Hilfe! Was hast du denn? Ja, da wo du am Tor warst. Von da aus. Was hast du mal zu mir zu Beginn unserer TTT Karriere mal gesagt? Moment, ich weiß wo der... Der Bronze war gerade im Tradershop. Ich hab ihn gesehen. Was für Tradershop, Leute? Komm, ich stell dich an die Tür, Bronze. Ich war da nicht dabei, oder? So. Ich beweise jetzt, dass der Bronze Trader war. Ich hab ihn genau beobachtet die ganze Zeit. Was hat er denn gemacht? Der war im Tradershop, die Ratte. Der hat sich da in den Bungalow reingestellt. Ich hab noch 50. Mate, du kannst mir jetzt wirklich vertrauen. Okay, wenn der... Wenn der... Wenn der Bronze jetzt kein Traitor war. Ja? Und... Was machst du dann? Ah! Ich hab ihn fälschlicherweise umgebracht. Dann darf der Bronze mich in der nächsten Folge killen. Hatte einen Freistoß. Ja, ich bestätige ihn ja. Ich glaub, er wird es trotzdem nicht machen. Ich glaub, er kann... Ah! Was war das denn? Ja, was macht ihr denn da hinten? Komm, wir gehen da mal hin, oder? Warte, gehst du mal bitte vor? Ja, ich hab noch 34 und einen Sniper. Das ist natürlich total taktisch von dir. Ja, ich vertraue dich nicht. Ja, super. Ich find ich auch irgendwie kacke. Ich wollte Dennis daran erinnern, immer als ich zu Beginn unserer TTT Karriere gelacht hab, als man sagte, okay, ich werd angeschlossen, Curry ist es. Keine Ahnung, von links, von links, von links, von links, von links. Warum bin ich es denn jetzt? Ja, weil du einen Sniper hast und keiner von den Jungs treffen kann auf einem Schuss. Also mit einem Schuss. Bitte was? Das ist einfach so, Curry. Ich kenn dich doch. Du weißt das zuhundertprozentig. Super, jetzt sieht man den nicht, ey. Er ist irgendwo da oben links im Fenster oder so. Oder sitzt da an. Im Fenster? Ja, ja. Da gibt's ja so... Da kann man hin? Curry, komm mal raus. Zeig dich mal. Hä? Oh oh. Der hat sich totgestellt, das hat man gehört. Hast du das gerade gehört? Curry, Alter. Ach so. Oh man. Ich dachte, der hätte dich getroffen oder so, verletzt. Hat man ein bisschen gehört, so. Ah, ah. Ja, Curry, schmeiß ruhig die Leiche genau vor mir runter. Aber wie kommen wir da? Geil. Ja, man. Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Ich wollte aber sagen, Dennis hat immer zu mir gesagt, so. Du bist auch voll tot. Als man halt sagte, Major Traitor, habe ich immer automatisch lachend geantwortet, weißt du. Dann sagte man ja immer, ja das hört man bei dir raus. Genau das ist jetzt bei Bronze der Fall. Bronze ist jetzt auch so einer, weißt du. Immer, immer wenn man... Sind die beide Traitor? Oder was meinst du? Das heißt, er ist Traitor. Er muss eigentlich der zweite Traitor sein. Okay. Weil Dennis Aussage oder seine These ist bei mir aufgegangen. Und bei Bronze wird das auch. Ah, Curry ist oben links. Da am Turm. Nein. Ich habe den hoffentlich getroffen. Ist du runtergefallen? Bronze, warst du Traitor? Geil. Ja. Ja, guck. Aber ich war nicht im Traitor. Aber du hast irgendwas da gemacht, Bronze. Es sah so aus, als ob du ein Traitor warst. Scheiße, Mann. Ich hab dich die ganze Zeit beobachtet, Alter. Peinste, Mann. Aber weißt du was, Curry, direkt... Ich hab direkt gemerkt, dass du der zweite bist, weil keiner trifft mit einem Schuss direkt. Ich hab den Bronze auch mit einem Schuss... Okay, mit zwei Schüssen. Ich laufe und springe und Curry hat mich getroffen. Und das ist... Bronziiii! Jaaaah. Das kriegst du alles wiese. Ja, du hattest ja das gute Barretten. Das hast du die ganze Zeit für die Scheiße gemacht. Weißt du, ich hör den die ganze Zeit doppelt, weil der da im Traitor-Chat redet, ey. Wie machen wir den Traitor-Chat, ey? Ich wollte ein bisschen Action machen bei Curry, da. Ja, ein bisschen Action machen wir es voll. Ich dachte, da kommt dann nur unterschwellige Nachricht gleich vom Curry durch. Aber kam ja nicht. Ich mach mal was richtig. Ja, klar. Wirklich. Nee, aber das ist echt gute Theorie von dir, ne, Dennis? Was denn? Immer wenn einer beschuldigt wird, antwortet er lachend so, weil... Okay. Mach ich jetzt nie wieder. Das hättest du aber vielleicht gar nicht sagen sollen, Mitchell, jetzt. Nee, aber bei mir habt ihr das gesagt, bei... Hallo! Das ist die Brahmsche Theorie, oder was? Was war das, Bronze? Was war das, Bronze? Was war das, Bronze? Was war das? Die Brahmsche Theorie. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Die Leute haben da immer früher in den ersten Folgen vorgeschrieben, dass es die geben würde. Jau! Ihr müsst durch das Blaue hier. Was? Wo kommt man da hin? Das ist ein Knete-Eimer. Hallo! Bronzer, hallo Bronzer. Hallo Curry, hallo Bronzer. Kommen wir vor wie bei DayZ hier ein bisschen. Aber das ist voll die geile Map. Far Cry. Das Toysol hier ist, Mann. Äh. Hallo Major. Jo. Pass auf, hinter dir sind zwei wahnsinnige Öl. Wer wo? Der, 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 da da. Bla, bla, bla. Bronzer, wir müssen hier reingekommen. Er hat eine Granate genommen. Er muss da durchlaufen durch den Portal. Raaaaaah. Komm da nicht durch. Er ist eine Granate genommen. Ich hau ab. Raaaaaah. Grüß. Jetzt geht's. Da sind voll die Vögel hier draußen. Wo ist denn? Wo ist denn? Das sind Vögel? Kevin Vögel. Okay, wer ist da nicht gekommen? Ach Major, das war ein netter Versuch. Der Major stand mit der Crossbow und wollte die abknallen, Bronzer. Don't. Das ist echt. Hahahaha. Major in den Reksack. Knallhart schnittert an einer Lunke. Hat der den getötet? Ne, der wollte auf ihn schießen, aber ich hab den dann abgeknallt. Okay, Major lebt noch, dann ist Major Traitor, ne? Nein, Major ist tot. Wie? Ich hab den Major rumgebracht. Achso. Super, Dennis. Achso. Geh dir mal bitte, Dings, wenn ich hier runterge... Ich kann da nicht runtergehen. Ja, dann ist es Patrick. Da, hat grad jemand auf mich geschossen. Patrick? Ja, dein Feind ist doch, Patrick. Du süße kleine Schleckermäuche. Der ist hin im Turm, der ist hin im Turm. Wo? Wo? Kommt. Den holen wir uns jetzt. Wo genau, Dennis? In welchem Turm? Ganz hinten rechts. Also bei dem anderen Portal, da oben auf dem Turm ist die Ratte. Den holen wir uns, Freunde. Als ob der da jetzt bleibt. Alter, das war aber mal krasses Backup gerade, Dennis, ey. Ja, das war am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Moment hier. Der Major, der steht da mit dem... Der ist da mit dem Dings da, ey. Und wo ist der Patrick? Warte mal. Der steht da noch, der steht da noch. Der geht jetzt runter, der geht jetzt runter. Gelbe Basis, Leute. Alles zur gelbe Basis. Haben wir hier einen Rocket Lounge, oder so? Wo gibt's die die Map irgendwie, ne? So mit den zwei Basen und so. Findet die voll geil, die Map, ey. Und der heilige Biff Tiki Ball ist natürlich auch wieder am Start. So Patrick, jetzt ist dein junges Gericht. Ready for action, PZ! Penis, Penis, Mann. Boah, er hat mich auch noch getroffen, Freunde. Ich werd ihn scherben, wahrscheinlich. Alles ernsthaft? Wo ist der denn? Ich bin noch hier! Und wo ist der denn? Der ist da genau in der Mitte. Genau in der Mitte, ja. Oben meine ich, oben, oben. Zwischen den Säulen, seht ihr ihn? Hat er dich getroffen grad, wirklich? Ja. Patrick, zeig dich. Du kannst ruhig reden, Patrick. Wir wissen ja, dass du das bist, ne? Also eigentlich ist das sinnlos, was du da grad machst, Patrick. Ja. Konzentrieren. Ach, ja. Der ist glaub ich auf den anderen Turm, Leute. Ne, 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 da ist er auch nicht. Ich hab alles im Blick, glaub mal dran. Wo ist der denn jetzt? Der ist nach rechts. Immer noch da, der kommt da nicht raus. Oh, sag was, sag was, Bronze. Bronze ist tot. Ich hab grad gesehen, wie der umgeschossen wurde. Wo denn? Der, äh, unten links, äh, unten. Unten links liegt die Leiche von Bronze auf so nem Hügel. Ja, Curry, ne? Wir wollen mal ein Styper-Action hier und warten mal auf PayZ hier. Ja, ja. Komm her. Der muss sich ja zeigen. Pediloge, komm raus. Hörst du denn, Winn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn jetzt? 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 Wow. Scheiße. Alter, was ist das denn für ne Scheiße? Ja, was denn, ey? Wo bist du denn hier? Verzeih dich doch mal, du Truller. Mann. Du Lümmel, du. Du Truller. Besser war der Melchheimer. Bester Mann, Alter. Ach, kacke. Jetzt seh ich den nicht. Nein! Das wär ein perfekter Schuss gewesen. Echt, ey. Voll daneben gesammelt. Wo ist der denn, Curry? Yes! Yo! Scheiße, ey. Boah, was läufst du denn da hin und her? Major, möchtest du etwas dazu sagen? Ja, Mann. Was machst du denn? Da hinter dir, oben. Ja, Mann. Major, Major. Boah, die Karte ist mega. Ja, also früher waren wir schon mal ein besseres Team, ne? Das war so, guck mal, Bonds war da so. Wir waren schon mal intimer, wir beides. Was? Was? Ich wollte gerade abdrücken und ich hätte auch getroffen. Dann auf einmal One-Shot von Dennis da oben. Da kam der Imperator, Alter. Zack, zack, zack. Dem, dem, dem. Aber das ist schwer auf diese Entfernung zu zielen. Ja. Muss man da irgendwie weiter drüber zielen? Ne, 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 ne. Das reicht nur, du musst halt genau schießen, wenn du auf dem seinen Körper zielst gerade. Dann reicht das schon. Richtig geile Map, Alter. Ja, die ist echt super. So, ich bin Innocent und hier sind zwei Leute, also einer von denen muss Traitor sein. Ja, ich auch. Bin bei Curry und Dennis. Genau. Das stimmt, ja. Also, es könnt ihr... Was macht man denn mit dieser Armbrust? Ist da jemand in der gelben Basis gespawnt? Habt ihr das schon gesehen? Ich bin leider farbenblind. Achso, ne, ich bin der andere. Der Curry ist kein Trader. Ja, in der gelben Basis bin ich tatsächlich. Der hätte mich jetzt so locker abknallen können. Major? Ne, ich beobachte nur. Der stille Beobachter hier. Schau mal mit Major auf das Türmchen da oben. Ne, ne, ne. Du bist Major. Major, lass mich nicht hoch. Ich schieß doch nicht auf dich, Major. Keine Angst, Major. Ich hab das im Auge. Beobachte. Ja, du hast das im Auge, ne? Guck mal, wie der gerade im Traitor-Shop ist. Nein, Mann, da... Was gibt's denn da heute? Der Major ist gerade im Cook. Was gibt's denn da im Angebot heute? Nein, da hat doch gerade ein Telefon geklingelt. Hast du das nicht gehört, Alter? Naja, ich bin... Alter! Curry! Na los, Major, bist du tot? Major hast deine Sprache verloren. Boah, hab ich mich erschrocken. Alter, ich dachte, was das für ein Angriff hier in Nadelheim oder so. Okay, der ist tot. Seid jetzt alle tot oder was? Also Löffel lebt noch? Hä? Irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Dennis, lebst du noch? Dennis? Was hat Dennis da gerade gemacht? Wurde von seiner Tasse umgebracht oder was? Der ist auch tot. Also ihr beide Traitor. Ja, ich bin aber nicht. Ja, dann confirm doch mal, Dennis. Ja, wo ist denn der? Weißt du, wie groß die Karte ist? Ja... Ah, morgen ist der... In der Tat. Weißt du ja nicht, wo du bist oder wo die Leiche liegt? Ja, geil, König! Was machst du da? Ich glaub die... Alter, bist du verarscht? Alter, bist du verarscht? Ja, klar. Ich bin sneaky unterwegs. Willst du confirm, Patrick? Sag... Sag mal... Curry? Was denn? Was denn? Was denn? Ich hab mich gefunden. Ich kleb mir an der Wand. Komm's mal runter. Komm, wir klären das mal. Ich trau, ich hab Höhenangst. Werf die Waffe runter. Werf die Waffe runter. Komm. Ich werf die Waffe runter. Ich bin... Ich mach... Ich werf die Waffe runter. Ja, ja. Hast du gesehen? Ich hab die Waffe runtergeworfen. Ja, also. Ja, auch die Pistole. Hier, Pistole auch. Doch. Okay, dann die Traitor-Waffe als nächstes. Traitor-Waffe hab ich nicht. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich hab keine. Doch, komm. Wolltest du, was sagst du dazu? Soll jetzt Curry all seine Waffen wegwerfen? Was dann? Dann ist er unschuldig ausgeliefert. Ja, ich werf grad meine Waffen weg, Patrick. Kann's bezeugen. Hat er auch grad gesagt. Ja, ich seh aber die Waffe, die du jetzt mitpasst. Ich hab keine Waffe. Ich hab so gesehen. Hey, ich hab doch keine Waffe. Ich hab so gesehen. Hier, ich hab Acroba. Bist du blind oder was? Ach so, okay. Das sah grad so aus, als wenn das eine Waffe wäre. Ja, ja. Ich lauf gleich auch mal. Ja, was soll ich denn jetzt machen, Leute? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich geh mir erstmal was essen. Ja, die liegen sogar noch Waffen rum. Auf dem Boden. Da guckt noch eine. Und noch eine. Hm. Da kannst du alles wieder haben. Also ihr seid jetzt... Hast du grad eine Granate da reinge... Ernsthaft, Patrick? Bist du so hinterhält dich, Alter? Patrick ist es. Weißt du, ich werf alle Waffen runter. Was ist das denn für'n Scheiß? Patrick ist ein Treter-Sau. Okay, okay. Ich bin... Nee, ich bin kein Treter. Dann lass ich es jetzt. Ja, ich wollt's mal ausprobieren. Ja, ja. Ja, Bronze, kommst du mal her jetzt, Alter? Wie sollen wir jetzt weitermachen? Ja, warte, ich komm jetzt. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich hab keine Waffen mehr. Du... Du musst dich ducken. Ja, als ob ich jetzt da runterkomme. Bist du doof? Als ob ich dir jetzt in die Hände laufe. Ja, ich hab Zeit. Ich kann jetzt hier warten. Ja, ich hab auch Zeit. Ja, gut. Na gut, dann warten wir jetzt hier. Na gut. Ihr könnt euch ja ne Runde anwandeln da in Ruhe. Wir können uns ja näher kennenlernen. Was hättest du davon? Wie war dein Tag heute so? Was hast du gegessen heute Morgen? Zwiebeln! So ne rohe Zwiebel, lecker, lecker. Knoblauch. Ach Leute, ich bin nur ganz auf der anderen Seite der Map. Ey, du hast doch... Ey, das ist doch ne Schrotflinte. Was? Ich hab doch keine Schrotflinte. Hallo? Das ist ne Lüge. Ja. Guck mal, wie lang deine Nase schon. Meine Nase ist ja nicht lang. Ohhhh! Nein, 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 nein! Ich kann hier nicht weg! Alter, warum treff ich den nicht? Was ist das denn hier? Kommt man hier nicht mal hoch? Was ist da los, Leute? Was ist da los? Ah, ich hab ja Zeit, ne, ich hab ja Zeit. Ah! Ach ja, so ist das, Leute, Leute, Leute. Wie macht... Und Bronx, bei dir? Ich eier hier so rum und bring mich in Sicherheit. Hast du noch irgendwas im Rufen, oder? Boah, ich wahnsinnigende... Scheiße! Curry! Lass mich verarschen, ey. Ich bin auch nicht blöd. Curry, was los? Ich komme nicht mehr raus! Wo bist du denn? Komm! Ah! Das ist bestimmt ne Falle, oder? Wo bist du denn? Wo bist du denn stecken geblieben? Wo bist du denn stecken geblieben? In was bist du stecken geblieben? Scheiße, Mann! Ja, Patrick! Du musst mich töten! Das ist unfair! Also das... Scheiße, Mann! Ey, Patrick! Ich hab nur eine Sache so, weißt du? Guck mal, du bist die ganze Zeit mit Curry zugegangen und der Bronzo läuft ganz langsam hinter dir her und will dich abknallen. Du checkst das nicht! Du schreibst die ganze Zeit dem Melcher so im Chat Alter, Patrick, pass auf hinter dir! Und so, weißt du? Das... das geile ist ja, da liegen zwei Leichen so, weißt du? Patrick immer noch, hm... Wer kann... Der Bronzo, wo der die Treppe runtergehen wollte... Ich wusste, dass Curry das ist! Aber ich hatte doch Zeit! Das Beste... Bronzo... Scheiße, Mann! Bronzo hast du ja nicht hinbekommen scheinbar, oder? Ja, dann kommt der mit einer Crossbone und einer Taschenlampe so weit! Aber ich hab mich gut gerentet, aber ich bin dann nicht mehr rausgekommen aus der Ecke da, ey! Aber ich krieg hier grad nechsten Geschissen, Alter, ey! Aber wann ist denn Bronzo in Terminal gelaufen? So, letzte Runde für diese Folge, Leute! Also ne kleine XXL-Folge mal wieder... Aber die nächste Folge wieder ein bisschen kürzer! Da wollte ich so tun, als wenn ich runtergefallen bin! Und dann saß da einfach bei der Leiche neben mir! Oh Mann, ey! Die Map hier ist echt krass! Wie viel hat die Granate hier abgezogen? Ja, vielen! Über die Hälfte! Ne, warte mal! Gut! Das war so ne ganz normale, ne? Na ja! Ich bin grad echt zielunsicher, muss ich sagen, ey! Da hilft nur Schrot, Flinte und drauf! Boah, Bronzi, ich hab die so im Visier grade, ne? Ich bin unschuldig! Was sollst du tun? Bin unschuldig! Patrick hat geschossen, ne? Patrick, ja! Ja! Hast du geschossen? Hat er dich getroffen, Bronzo? Ja! Ja, hab ich, ja! Ja, ich hab doch gesehen, dass du geschossen hast! Hat er dich getroffen? Ja, hab ich ja auch! Guck hier! Bronze! Aber daneben! Extra! Rechts davon! Das war jetzt sehr blöd von mir! Ich wusste ja nicht, dass wir hinter mich sind, aber egal! Das kannst du nie wissen, dass ich hinter dir bin! Na ja! Ach ja! Aber es wär ja blöd, ne? Ja, du hast ja ne Schrotflinte! Aber ich bin auch unschuldig! Patrick, ja! Jetzt echt? Patrick? Znifnnoi! Wo ist denn der Dennis? Hallo Dennis? Bin hier unten, Alter! Major! Major! Alter Dennis! Wie einfach nicht zuhören, ey! Was denn jetzt? Curry ist tot, Mann! Ja! Curry ist tot! Ich hab den eben umgebracht hier oben! Ich bin es, komm! Ich hab den Major erschossen! Der hat auf mich geschossen, Leute! Nöö! Curry ist total tot! Geht sau! Patrick und Dennis! Alter! Oben! Oben ist C4, Leute! 4 Sekunden! 4 Sekunden! Ich bin tot! Das war Major! Hallo! Curry! Guck mal! Ja, ja! Ich hab den umgebracht, den Curry! Wieso? Wieso? Ja, weil er hier oben war! Weil er gesehen hat, wie ich auf dich geschossen hab! Und jetzt? Also Major war auf jeden Fall Traitor! Dann kann nur noch der Bronze Traitor sein! Nein! Nein! Ich bin nicht Traitor, Dennis! Ich bin noch Traitor! Ja! Ne, Curry? Guck! Curry! Also, du hast Curry getötet! Nein! Der ist hinten links von dir! Links von dir! Die Schweine um dir! Das ist Bronze jetzt! Nee! Ich bin's doch nicht! Patrick hätte mich jetzt die ganze Zeit töten! Komm her! Patrick! Ich bin's nicht Curry, Mann! Das muss Patrick sein! Scheiß! Also Major war auf jeden Fall Sniper! Tötet mich unschuldig, ey! Äh, Sniper, Traitor sei schon! Alter, hast du den Bronze umgebracht? Bronze? Bronze? Nee, der ist da drin! Der lebt doch! Der ist da drin! 100%! Wo ist der Bronze denn? Der ist hier im gelben Lager! Pass auf, Dennis! Ich bin jetzt hier mit Curry und Paisit! Aber ich bin eh unschuldig! Ich bin gleich tot! Ich hab aufgehört auf dich zu schießen! Ich liebe euch! Ich auch! Ich auch! Major ist ein Traitor gewesen, ich liebe ihn trotzdem! Aber Patrick ist es nicht! Und ich bin es auch nicht! Ja, aber dann ist es der Dennis! Ich hab doch meinen eigenen Traitor-Kollegen! Seid du doof oder was? Ja, dann hast du ihn jetzt wieder belegt! Hör mal ganz kurz zu! Ich kann das erklären! Guck mal! Ich war vorhin unten! Da hat der Major auf mich geschossen! Und dann hab ich ihn auch gesagt! Hab ich noch Major gesagt? Blablabla! Der Major hat auch noch was gesagt! Und dann hab ich gesehen, dass er zu viel ist! Ich hab mich doch selber in die Luft gesprengt! Ich hab ihn doch confirmed! Er gibt doch gar keinen Sinn! Warum soll ich denn irgendwo bleiben? Dann hast du ihn jetzt wiederbelebt! Wo? Was denn für eine dumme Aussage! Ja, warum das denn? Hast du ihn schon mal gebracht! Hör mir doch zu! Nein, aber... Ja, Alter! Aber ich mach den Fehler noch nicht zweimal! Und das Ding ist... Ja, weil ich das doof finde! Das Ding ist nicht immer verdächtig! Achso, ist ein Fehler deinen Traitor-Kollegen! Hör doch mal zu! Ich hab doch grad die C4-Bombe gesehen! Dann wär ich doch längst in Sicherheit gegangen! Ich wär beider drauf gegangen! Lass dich nicht beirren! Das ist, glaub ich, Patrick oder so! Alter, ihr seid doch dumm, Alter! Nee, weißt du, der Major hat C4 gelegt! Geilste Runde ever! Dennis hat das nicht gesehen! Dann ist er da reingelaufen! Weil das so spät entdeckt hat! Ha! Angeschossen worden! Dennis ist es! Ich bin doch, ich bin doch... Ey, Leute! Ich bin auf dieser Brücke hier! Bronze war es nicht! Aber mit einem Bolzen ist man doch eigentlich ganz froh, oder? Ja, dann ist es Dennis! Mit einem Treffer! Leute! Ich bin doch hier vorne! Ja, komm, Alter! Ey, ihr verarscht mich doch! Der Bronze hat grad geschossen, Mann! Ich hab doch gar nicht geschossen! Nein, 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 nein! Ich wollte sagen, dass du nicht geschossen hast! Leute, hör mal! Warte mal, warte mal! Lass uns das mal kurz durchgehen! Mit was wurde denn geschossen? Ja, weiß ich nicht! Ja, und ich hab hier ne Sniper! Ich hab hier ne Sniper, Leute! Ja, dann bist du Dennis, Mann! Natürlich! Ja, ey! Bronze, du bist so ein Wichser, Alter! Du hast auf mich längst! Ja, aber das wär voll unlogisch! Weil er hat ja Major irgendwie... Ja, komm, das ist schon sehr klar jetzt, eigentlich! Ja, dann hat er ihn wieder überlebt! Ich hab den Major doch confirmed! Und da war C4! Seid ihr doof, da oben war noch C4! Der hätte mich doch weggesprengt! Ich hab's doch zu spät gesehen! Ich hätte doch... Ich hätte doch... Ich hätte doch... Ey, ich hätte doch in jedem Moment... Ich hätte doch... Ich hätte doch... Ja, ich schmeiß wohl ne Waffen weg! Ich komm jetzt gleich hier rein! Wenn das Dennis ist, hat der Major natürlich wieder überlebt! Wartet mal! Ach, Leute! Lasst euch jetzt nicht beirren oder so! Ey, wie jetzt? Dann war's grad der Major, der ihn beschossen hat, den Patrick! Ey, ihr hört mich nicht! Der kommt jetzt hin zu Dennis! Das ist Traitor! Hört mir doch mal kurz, bitte! Ja, weil der Schwachsinn ist, was du da sagst! Hört mir doch mal... Nein, wieso denn? Hör mir doch zu! Alter! Hör mir doch zu! Guck, das Ding ist, der Major hat oben eine ähm... Der hat oben C4 hingestellt! Ja, wo seid ihr denn? Ich will mit euch reden, wenn ihr da seid! Der hat oben C4 hingestellt! So, und dann hat der auf mich geschossen! Und dann hab ich ja noch gesagt, so Major bla bla bla... Und dann... Du musst gar nicht eine G-Art Bombe auspacken jetzt, ey! Ich hab... bist du doof oder was? B-b-b-b-bist du doof oder was? Ich glaub Major lebt! Ich glaub Major lebt! Ja, natürlich lebt der! Der hat doch grad auf den Patrick geschossen, Mann! Schuss von... von der grünen Festung kam mir glaube ich gerade! Ja, aber es sind beide Traitor! Ja, weil der wiederbelebt hat! Das hab ich ja, siehste! Klar! Natürlich! Okay, Dennis ist der Traitor! Hat gerade auf mich geschossen! Hä? Pazit confirms the death of Major! Holen wir uns den mal! Hä? Hä? Was? Aber das ist auch Dennis! Ne, davor hat er Dennis! Hä? Hä? Das ist Dennis! Achso, weil der Dennis den Major gekillt hat! Nein! Major lebt noch Major als jetzt! Ja, aber vorhin hat der ihn gekillt! Achso! Jetzt lebt der Major wieder, klar! Das haben wir ja gesagt! Okay, dann wissen wir, dass Major jetzt der Traitor ist! Ja, sollen wir uns den jetzt holen? Wo ist der denn, Major? Wo ist der denn? Ja komm, dann gehen wir mal runter! Der ist auf einer anderen Festung! Also wenn ich jetzt komm, dann kann er nichts machen! Major! Major, komm! Sag mal was! Wenn du unschuldig bist, dann sag was! Major, wo bist du denn mein Freund? Komm doch mal hierher! Ich bin doch hier oben! Was ist das denn für eine Stimme? Wo kam der, ja? Der ist oben an der grünen Plattform! Aber wir haben ja Zeit, dass er das richtig! Der ist geil! Jaaaa! Aber wir haben das schon ein bisschen gewinnen gekriegt! Aber das Ding ist, ihr wart da so versammelt! Deswegen war das ein... Wenn der Major nicht geschossen hätte, wäre der nie drauf gekommen, glaube ich! Wenn Dennis jetzt mit einer Jihad-Bombe hochgekommen wäre... Obwohl wir uns selber so verarscht haben, haben wir das eigentlich ganz gut draufgekommen! Ja, ich hatte eine Jihad-Bombe, aber ich habe die falsche gekauft! Also Leute, wir sehen uns dann endlich wieder in der nächsten Folge! Das war eine längere Folge für euch! Das war eigentlich extra für euch nur! Und übermorgen, 14 Uhr geht es weiter mit... Wenn ihr Ideen und Strategien habt, postet sie doch mal in die Kommentare! Ciao! Macht's gut, ihr Lieben! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir sehen uns beim nächsten Mal!